hallo hier ist muho aus osaga heute mal wieder vor einer anderen kalligrafie hier seht ihr ein gedicht eines chinesischen dichters aus der tang dynastie 9 jahrhundert wenn ich mich recht erinnern den namen des dichters auf japanisch spricht man ihn so k aus und auf chinesisch ich glaube ja oder zumindest so ähnlich könnte sein dass es viele von euch nicht besonders interessiert aber ich möchte auch euch auch gerne bei der gelegenheit erklären was hier überhaupt steht wie eigentlich alle solche kalligrafien alte chinesische und auch japanische texte liest man die von rechts oben nach rechts unten und dann die nächste zeile beginnt links davon ihr werdet ihr werdet die wenigsten zeichen lesen können ich habe auch erst mal das internet zur hilfe nehmen müssen um das rauszufinden was da genau steht aber es sind zwei mal sieben zeichen insgesamt 28 das ist so ein traditioneller chinesischer dichtstil dass man vier zeilen hat mit sieben zeichen jeweils das erste hier auf japanisch würde man es dolly lesen und das ist übrigens auch das schriftzeichen mit dem man deutschland wieder gibt weil deutschland auf japanisch heißt doizu und man kann das zeichen auch doku lesen und doku klingt jetzt anders als doizu aber für die japaner naja beziehungsweise doku wenn es kombiniert wird mit itzu doku itzu wird dann zu doizu wobei hier jetzt noch mal eine kleine brücke ist ich habe ja über heikus gesprochen silben zahlen und das ist wahrscheinlich für viele verwirrend dass man die silben im deutschen und auch im englischen anders zählt als im japanischen also deutsch ist eine silbe im deutschen aber doizu im japanischen sind drei silben nämlich doizu oder es gibt ein wort für die farbe blau und das ist auch ein beliebter mädchenname nämlich aoi aoi drei vokale hintereinander und das sind auf japanisch drei silben aoi im deutschen hätte man wahrscheinlich schwierigkeiten das zu zählen aoi oi ist eine silbe glaube ich aoi ist das eine sind es zwei drei wären es nicht im japanischen wie dem auch seine das erste schriftzeichen bedeutet in diesem fall natürlich nicht deutschland sondern allein also das zweite schriftzeichen ein bisschen klein hier bedeutet oben oder hoch gehen rauf steigen ko bedeutet den fluss und lo kann ein turm sein aber auch einfach ein zweistöckiges haus also ich steige alleine hoch in das haus in den oberstock des hauses am fluss oben im haus am fluss allein die gedanken bedeutet den zustand wenn man seine gedanken schweifen lässt also das hier wäre auf japanisch kolo ne stoli de koloni agali omoi biosen tali allein oben im haus am fluss lasse ich meine gedanken schweifen gekko ist das mondlicht also den mond dem begegnet ihr immer wieder in solchen kalligrafien ist auch ein beliebter eigentlich mönchs oder nonnamen also geshin zum beispiel der geist des mondes nicht beliebter beliebter nonnamen gekko ist das mondlicht und hier danach zweimal kann man kaum erkennen das schriftzeichen für wasser das mondlicht so wie das wasser und das wasser nio sui oder mizu no go toku mizu tsula nara ten ten ni tsula nara also hier ist die zweite strophe mit sieben zeilen und das ist das siebte also die strophe endet hier oben das hier ist der himmel ten der himmel das mondlicht ist wie das wasser und das wasser reicht bis zum himmel tomonik tatte hier beginnt die dritte zeile tomoni das ist das zeichen hier für gleich auf japanisch würde man es auch droht lesen können tomonik tatte der oder die die immer gemeinsam mit mir gekommen ist die person die immer gemeinsam mit mir kam um den mond zu genießen wo ist sie wo ist die person wo ist die person mit der ich immer gemeinsam den mond genossen habe fuke ist die landschaft hier beginnt die letzte zeile die landschaft ist genau dieselbe wie letztes jahr die landschaft ist dieselbe aber wo ist die person mit der ich mir diese landschaft immer geteilt habe also wir wissen nicht ob diese person die vom dichter vermisst wird ein freund war oder eine freundin ob da auch gemacht romantische gefühle mitschwingen aber ist ein gedicht in dem die vergänglichkeit besungen wird es gibt auch ein anderes bekanntes gedicht das sagt jedes jedes jahre jedes jahr dieselben blüten aber jedes jahr andere menschen die menschen sind nicht dieselben jetzt ist die frage wie viel zeit ich noch habe ein bisschen bisschen ich wollte weitermachen mit den 120 fragen das nächste ist die frage 89 allerdings fürchte ich dass ihr das kaum hier lesen könnt bei den nächsten paar fragen habe ich mir wieder großzügig gesprochen freiheiten erlaubt weniger großzügig gesagt ich habe da einiges falsch übersetzt vor 20 jahren die nächste frage im deutschen glaube ich ist nimmst du rücksicht auf die meinung der anderen was ich da als meinung übersetzt habe ist nicht meinung sondern ich kann ich von ich werde die japanische lesung dieser frage schützt du die bewusstseins wurzel der anderen menschen jetzt ist dann natürlich zunächst mal die frage was ist eine Bewusstseinswurzel? Also eine Meinung ist es nicht. Ich habe das als Meinung übersetzt, aber das ist eine sehr ungenaue bzw. falsche Übersetzung. Im Buddhismus gibt es sechs Wurzeln, und zwar die fünf Wahrnehmungsorgane, die wir auch im Westen kennen, Augen, Ohren, Nase, Zunge und der Körper, wobei Körper ein sehr unvager Begriff ist. Also mit dem Körper, wir nehmen Wärme, Kälte, Schmerzen wahr, wir haben aber auch Durst und Hunger mit dem Körper. Und das alles als ein Organ zu bezeichnen, mit dem wir das wahrnehmen, ist relativ ungenau. Man könnte sich auch fragen, ja, Gleichgewichtsorgan, gehört das auch dazu? Oder wenn man verliebt ist und man spürt dieses Herzbrennen, spüre ich das mit dem Körper? Oder nicht? Aber ich spüre es sicher nicht mit demselben Organ, mit dem ich, was weiß ich, Kälte spüre. Oder vielleicht doch, es fühlt sich ja warm an. Also das Körperorgan, das fünfte Organ ist sehr ungenau. Und dann im Buddhismus, man spricht auch von einem Bewusstseinsorgan oder der Bewusstseinswurzel. Zum Beispiel beim Sazen, man nimmt sich vor, nicht zu denken und trotzdem, da kommen diese Gedanken hoch. Und ein Buddhist würde sagen, ja, du nimmst diese Gedanken, die da hochkommen, wahr mit deinem Bewusstseinsorgan. So wie das Augen Farben sieht und so wie dein Ohr Klänge vernimmt, dein Bewusstseinsorgan nimmt Gedanken wahr, sozusagen. Und dieses Bewusstseinsorgan zu schützen. Darum geht es in dieser Frage. Schützt du das Bewusstseinsorgan, nicht nur dein eigenes, sondern auch das der anderen? Jetzt ist es aber wirklich langsam Zeit, zum Ende zu kommen. Ich werde beim nächsten Mal noch einmal auf diese Frage zurückkommen und werde dann versuchen, auch wieder ein bisschen auf die Tube zu drücken. Also, keine Angst, ich werde nicht wieder eine Woche oder so über die Bewusstseinswurzel sprechen. Ich versuche zumindest, ein bisschen auf die Tube zu drücken. Danke fürs Zugucken, danke für eure Kommentare und wir sehen uns wieder. Tschüss.